Die Politik feiert ja gerade sehr aktionistisch den Pride Month, dann hört man immer wieder, wie wichtig den Gendern so ist, man spricht darüber, dass man überall jetzt Windräder hinklatschen muss, man hört davon, wie viele Milliarden jetzt für Rüstung ausgegeben werden sollen und so weiter und so weiter. Es geht immer um alles, nur nicht um die eigene Bevölkerung, die ist nämlich völlig egal, ab und zu hört man halt etwas, dann bekommt man mit, es gibt jetzt so einen tollen Energiebonus zum Beispiel von 150 Euro oder jetzt soll es eine sogenannte Entlastung geben mit einer Einmalszahlung von 750 Euro an sehr Betroffene, die sich das Leben nicht mehr leisten können. Ja und da weiß man natürlich, jeder der hier in der Realität lebt, dass das nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist und ich weiß, dass ich schon sehr viele Beiträge zu dem Thema Teuerungswelle und Inflation gemacht habe. Aber ich finde, das ist halt einfach wichtig, es geht uns immerhin alle etwas an und vor allem die etwas ärmere Bevölkerung, aber auch schon die Mittelschicht leidet und leidet und leidet und was jetzt ans Tageslicht gekommen ist, das hat mich selbst erschreckt. Leben wir doch angeblich und das ist immer noch so in unseren Köpfen verankert, in den reichsten Ländern der Erde und das mag vielleicht noch volkswirtschaftlich irgendwie erklärbar sein, aber bei dem einfachen Manne da unten im Volk stimmt das schon lange nicht mehr. Jetzt muss schon jeder Sechste auf eine Mahlzeit verzichten, weil er sich das Essen nicht mehr leisten kann. So teuer ist die ganze Angelegenheit schon und das zieht sich jetzt schon seit Monaten hin und eine wirkliche Besserung ist noch nicht in Aussicht. Die EZB hat jetzt zwar angekündigt, den Leitzins zu erhöhen, aber das nur um 0,25% und ob das einen wirklich so großen Einfluss auf den einfachen Konsumenten da draußen hat, ist die große Frage. Aber Fakt ist, das wird das ganze Problem nicht so schnell lösen und die Menschen leiden und leiden und leiden. Und was ich da auch sehr interessant finde, ist, dass jetzt ganz viele Menschen logischerweise auf billige Lebensmittel und auf Massenware zurückgreifen müssen. Das passt ja so gar nicht in die grüne politische Agenda hinein, oder? Also die müssten doch allein schon aus dem Interesse des Umweltschutzes und des Tierschutzes daran interessiert sein, hier so viel Engagement wie möglich zu zeigen, um dieser Teuerungswelle entgegenzuwirken. Und wie gesagt, es gibt immer wieder so kleine Tropfen auf dem heißen Stein und ab und zu heißt es dann, ja, die Menschen, die können sich aktuell den Alltag kaum noch leisten, okay, aber da müssen sie halt gerade einfach durch, ja, da müssen sie halt gerade einfach durch. Aber das ist für mich einfach kein korrekter politischer Umgang mit der Situation, vor allem, wie gesagt, im Anbetracht dessen, dass alle anderen Themen auf dieser Welt wichtiger zu sein scheinen. Wie gesagt, ja, wir müssen auf jeden Fall darauf achten, dass wir immer schön brav gendern, dass wir den Pride Month feiern, auch wenn das so gut wie überhaupt niemand tut, nicht einmal von den Betroffenen, die wollen in Wirklichkeit einfach nur in Ruhe gelassen werden und ihr Leben leben. Und mir soll einmal einer zeigen da draußen, wie viele wirklich dafür sind, dass man massiv aufrüstet. Vor allem nach den letzten zwei Jahren, wo das Geld sowieso vorne und hinten fehlt. Also für mich eine unfassbare Entwicklung, dass die Menschen jetzt schon hungern müssen und das in Mitteleuropa. Und ich weiß, jetzt werden wieder ein paar Leute herkommen und sagen, ach, das ist doch gar nicht so. Man kriegt doch genug Sozialhilfe und Tafeln und ich weiß nicht, was es da noch so alles gibt. Aber ganz ehrlich, die meiste Zeit betrifft das dann diese Leute auch gar nicht. Und das sollte dann bitte einmal den Menschen ins Gesicht sagen, die wirklich mittlerweile schon auf das Essen schauen müssen und Mahlzeiten einsparen müssen, weil sie sie sich einfach nicht mehr leisten können. Ja und ich wünsche euch wie immer alles Gute. Kommt euch auch so vor, dass zur Zeit alle Themen wichtiger zu sein scheinen, außer die wirklich realen Belange der eigenen Bevölkerung. Schreibt es mir in die Kommentare. Wie findet ihr das, dass jetzt Menschen wirklich schon bei uns hungern müssen? Und zwar in einem großen Ausmaß. Natürlich hat es das immer schon gegeben, aber das Ausmaß wird immer größer. Schreibt es mir in die Kommentare. Schaut noch auf Telegram vorbei für richtig, freie Meinungsäußerung. Abonniert den Kanal und wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder.